Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute machen wir wieder ein Diamond Painting. Das letzte, was wir zusammen gemacht haben, waren die Schmetterlinge, die hier vorne drauf waren. Das sieht jetzt so aus, ich hatte das ja auch schon, mit meiner... Wie heißt das? Latexbindemittel? Ich glaube, so heißt das. Eingepinselt, das heißt, das hält jetzt hier alles. Und ja, wir suchen uns das nächste Bild aus, würde ich sagen. Zwei Stück haben wir hier noch drin, das sind ja drei Stück in diesem Set. Und ich glaube, ich entscheide mich hierfür, oder möchte ich die Blumen? Erstmal brauchen wir alles andere auch. Da ist ja auch der Stift mit drin und alles. Ich verlinke euch das, dann könnt ihr euch das auch auch dort anschauen. Aber ich glaube, ich möchte den Piepmatz, oder? Komm, wir machen den Piepmatz, das machen wir. Steinchen habe ich, Schiffchen, habe ich schon zu meinen anderen Schiffchen gepackt. Das hole ich mir jetzt. Und ich würde sagen, ja, den mache ich jetzt. Das lasse ich euch natürlich im Schneidurchlauf laufen, aber ihr seht natürlich am Ende auch das Endergebnis. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.